Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe mir gerade eine Pfeife angemacht und wollte euch heute am 24. eigentlich nur kurz frohe Weihnachten wünschen. Nur mal kurz noch das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Jetzt über die besinnlichen Weihnachtsfeiertage und erstmal an alle noch frohe Weihnachten. Für alle, die nicht Weihnachten feiern, genießt einfach die freie Zeit. Ich hoffe, möglichst viele von euch haben sich zwischen den Jahren Urlaub genommen, können schön entspannt daheim sitzen, das Jahr zu Ende gehen lassen und ein bisschen Pfeife rauchen. Das letzte Jahr, wo unser Shisha Tabak noch ein bisschen günstiger sein wird, ich hoffe, da haben sich alle nochmal schön eingedeckt, die das vorhatten. Weil ab 1.1. wird es ja ein bisschen ungemütlicher in der Shisha Szene. Erstmal werden die Dosen hochgehen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich pro Dose so 20, mindestens 20 für die günstigsten Sorten wahrscheinlich eher so 3, 4 und 25 Euro pro Dose bezahlen. Das wird auf jeden Fall wehtun. Außerdem das erste Jahr, wo ich YouTube das ganze Jahr Vollzeit als Job gemacht habe. Was wirklich Wahnsinn ist. Als ich vor viereinhalb Jahren mit YouTube angefangen habe, hätte niemand gedacht, dass man mit Shisha YouTube irgendwann mal überhaupt so viel Geld verdienen kann, dass man davon leben kann. Und tatsächlich bin ich jetzt an dem Punkt. Und das ist auch so ein bisschen mein Jahresreview, dass das eben schon wahnsinnig war. Also es sind so viele krasse Sachen passiert. Ich war in Spanien mit Mia bei Team Hukain. Ich war in Dubai. Wir waren auf den Malediven mit Rewoshi. Dann hatte ich da noch ein paar Tage frei mit dem Cengiz und mit dem David. Also Shisha Deutschland und mit Dölit. Das war auch extrem cool. Also es sind schon sehr, sehr viele coole Sachen passiert im vergangenen Jahr. Und eben ein komplettes Jahr nur Shisha YouTube als Job. Natürlich noch mit Insta dabei, mit Streamen auf YouTube und Twitch und sowas. Aber das ist schon wirklich der Wahnsinn. Natürlich war es auch schwierig dieses Jahr, weil wir immer noch das Thema Corona haben. Ja, da muss man, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, das Thema ist mittlerweile jeder leid. Ich hoffe nur, dass es allen gut geht und dass ihr fleißig weiter Pfeife rauchen könnt und da nicht irgendwie jemand bei euch erkältet ist oder so. Und an der Stelle natürlich auch nochmal ein Danke an euch, weil ohne den Support, das Einkaufen mit den Codes, Mitgliedschaften auf YouTube, die Twitch Subs oder seien es auch einfach nur Abos oder die Daumen nach oben, wäre das Ganze halt nicht drin. Das ist immer so eine... Es fühlt sich immer an, so ein bisschen wie so eine Standardfloskel, die jeder YouTuber irgendwie einmal im Jahr dann rausbringen muss. Aber es ist auch wirklich einfach so, ohne euch, die die Videos gucken am Ende des Tages, wäre das Ganze nichts wert. Ich habe auch einiges vor fürs neue Jahr. Wir werden wahrscheinlich bald die 100.000 Abonnenten knacken. Da bin ich unglaublich gespannt drauf. Ich glaube, das ist ein großes, großes Ziel von jedem, der YouTube macht. Und jetzt steht es bei mir einfach vor der Haustür. Es sind knapp über 500 Abos, die noch fehlen zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme. Heute ist übrigens der 23. Ihr werdet es am 24. sehen. Und das ist schon wirklich einfach eine wahnsinnige Vorstellung, dass da vielleicht wirklich bald dieser Playbutton hier im Studio hängt und ich mir wahrscheinlich auch noch einen für daheim holen werde. Ich habe das bei so vielen YouTubern gesehen, wie dieser Playbutton ankam. Und das ist einfach geisteskrank, dass ich da vielleicht jetzt auch bald an diesem Punkt bin oder hoffentlich sehr bald an diesem Punkt bin und dieses Ding dann kommen wird. Und was da natürlich auch noch draus resultiert, ist, wie ja bei den 50.000, beziehungsweise wie bei den 25.000, bei den 50.000 und zuletzt bei den 75.000, wird es diesmal auch wieder einen Special-Stream geben. Eigentlich würden 16 Stunden anstehen, aber ich habe da was Besonderes geplant. Allerdings können wir das nur umsetzen, wenn der Stream 10 Stunden lang geht. Und höchstwahrscheinlich wird das Ganze auf den 30. Januar, also diesmal einen Sonntag hinauslaufen. Weitere Infos folgen da auf jeden Fall noch. Wir sind da an der Planung. Es wird sehr viel Arbeit, aber wenn das alles so klappt, wie ich das im Kopf habe, dann wird das auch wirklich unglaublich geil. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und wenn bis dahin alles klar geht und wir die 100.000 haben, können wir sogar da in diesem Stream vielleicht zusammen den silbernen Playbutton auspacken, was wahnsinnig wäre. Und natürlich habe ich auch viele weitere Sachen im nächsten Jahr vor. Ich hoffe, es wird wieder coole Reisen geben. Ich hoffe, dass die Corona-Situation sich ein bisschen beruhigt und wir wieder coole Community-Aktionen machen können. Ich weiß nicht, vielleicht einen Shisha-Flohmarkt. Vielleicht wieder Community-Treffen im Umera. Vielleicht in einer anderen Bar. Vielleicht sogar eine Tour durch Deutschland, wo wir in verschiedene Städte fahren und mit euch zusammen dann irgendwo in Shisha-Bars Köpfchen rauchen können oder so. Also ich habe da auf jeden Fall extrem viel Bock auf die Events, die kommen. Aber ich habe auch extrem viel Bock, weiter Gas bei den Videos zu geben. Ihr wisst das, die Qualität von den Videos ist mir extrem wichtig. Ich gebe alles dafür, dass die Videos möglichst schön aussehen, aber inhaltlich auch informativ sind. Dass wir sowohl fortgeschrittenen Leuten helfen, vielleicht neue Sachen auszuprobieren, vielleicht neue Sachen zu testen. Aber natürlich auch Anfänger, die sich hoffentlich von ganz alleine dafür entschieden haben zu rauchen, dann an die Hand genommen werden. Und dass wir die besser in die Shisha-Szene mit reinkriegen und dass sie sich in der Shisha-Szene auch aufgehoben fühlen. Das sind auf jeden Fall so die groben Ziele. Das Ganze spaltet sich dann natürlich nochmal auf in verschiedene Unterziele, in verschiedene Kategorien, die ich angehen will. Ich würde gerne weitere Produkte angehen. Das wird aber sehr, sehr lange dauern. Also da müsst ihr auf jeden Fall nicht in naher Zukunft mit rechnen. Das ist nur so für mich, was ich super gerne angehen würde. Wir haben ja die SWG-Zange, es gibt den Bowl-Untersetzer, es gibt das Mundstück und vielleicht könnten da in Zukunft ja noch mehr Sachen kommen. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Das Problem ist ein bisschen, dass ich gerade unglaublich ausgelastet bin mit meinen täglichen Aufgaben. Das heißt mit dem Bürokram, der dahinter steckt, mit den Telefonaten, die E-Mails und, 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 und. Es ist nicht mal das Video drehen und es ist auch nicht das Videos schneiden. Es sind noch die vielen anderen Kleinigkeiten, die im Hintergrund abgehen, die bei mir einfach jeden Tag voll ballern. Und das ist auch ein To-Do für mich. Ich muss gucken, wie ich meine, hört man ja immer so oft, die Work-Life-Balance besser hinbekomme. Weil im Moment, ich liege abends kurz auf der Couch, dann gehe ich pennen und dann stehe ich auf, gehe kurz zum Sport und bin wieder im Studio den ganzen Tag. Und bin irgendwie den ganzen Tag am Telefonieren, E-Mails machen, dies, das. Und das ist was, was ich für mich angehen möchte. Ich muss gucken, dass ich hoffentlich bis zum Sommer das irgendwie hinbekomme, dass das ein bisschen entspannter für mich ist und ich ein bisschen mehr Freizeit habe. Weil so würde ich das auf jeden Fall nicht ewig schaffen, das weiß ich. Und ja, da gibt es auch kleine News. Vielleicht haben wir bald noch ein bisschen Zuwachs im Team SWG. Vielleicht kommen da noch zwei neue Cutter dazu, der Dennis und der Ali. Die sind gerade so ein bisschen in der Probephase. Da drücken wir auf jeden Fall mal die Daumen, dass das gut geht. Aber bis jetzt macht das einen sehr nice Eindruck. Und ja, wenn dann der Basti, der Ali und der Dennis die Videos schneiden würden, dann hätte ich wieder mehr Zeit, um mich auch auf die Planung von neuen Videos zu konzentrieren. Um die ganze geschäftliche, selbstständige Sache, die halt einfach hinten dran steckt, die man machen muss. Weil im Moment ist es so, wenn dann ein größeres Thema um die Ecke kommt, sowas wie Steuererklärung oder sowas, dann bin ich halt komplett raus. Dann zerstört das meinen ganzen Rhythmus und dann wird es sehr, sehr stressig. Deswegen, da hoffe ich auf ein bisschen Zuwachs im Team SWG und dass wir dann weiter Vollgas geben können. Ich will auch gar nicht so viel labern. Ich wollte nur sagen, es war ein extrem geiles Jahr. Ich wünsche euch eine schöne Zeit an Weihnachten, eine schöne Zeit zwischen den Jahren. Kommt gut ins neue Jahr und einfach danke, dass ihr hier mit dabei seid.